Waldi, Waldi, doch komm her zum Fraule. Das Fraule will dir was beibringen. Mach mal ein Männle, ein Männle, ja Männle, Männle machen. Mach, mach was, mach Männle. Bau, 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 es war einmal ne Frau, die wollte ihren Hund dressieren, Pfötchen geben, apportieren, doch der arme Hund wollte das nicht. Mach doch endlich, was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Ho, 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 bist der Frau in den Po.